jo leute was geht willkommen zu einem neuen kurzen video heute jetzt will ich euch nur kurz eigentlich eine frage stellen oder besser gesagt eine möglichkeit geben und zwar würde ich ganz gerne noch ein paar themenbezogene motorvlogs einfach machen und dazu wollte ich vorher euch erst mal fragen ob ihr da irgendwelche themenwünsche habt da wollte ich euch nämlich dann einfach mal zu auffordern hier unter dem video jetzt einfach mal in die kommentare zu schreiben was euch interessiert was ihr gerne wissen wollt und ja das war nur kurz so ein ankündigungsvideo genau was hat sich viel los hier ich will jetzt eigentlich noch ein paar wheelies üben und genau dann sehen wir uns im nächsten video würde ich sagen wassup homie close till i get up time is belly on our side i don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust no i don't wanna waste what's left we'll go through the wastelands through the highways to my shadow to the sun rays and and on and on and we'll go we'll go through the wastelands through the highways and on and on we'll go Bis zum nächsten Mal.